Finale Nr. 5 ist unterwegs, das B-Finale der Beustel-Level 7 ist 8, ist auf der Strecke und im besten Siderwisch hier hat die Nr. 5, die Nr. 5, das Oskar Mayer, der Mitte dessen stark geht, das erste über die großen Hügel, Platz 2 hier geht, ist die Nr. 2, die fast vom Rad geht, Marie-Thomas hier kann sich aber auf dem Rad halten, hat ja einige Probleme auf dem zweiten Hügel, aber so gehen sie durch die erste große Kurve auf dem ersten Platz, aber ist es immer noch, die Nr. 6 müsste es sein, die Nr. 6, die jetzt da vorne durchgekommen ist, Nr. 6 auf dem ersten Platz, geht das erste in die erste große Kurve, in die zweite große Kurve auf dem Turnier, auf dem zweiten Platz ist jetzt die Nr. 2, Marie-Thomas hier kann sich zurück nach vorne arbeiten, dann ist die Nr. 5, die Nr. 5 Oskar Mayer hier zurückgefallen, jetzt auf dem dritten Platz, auf der 3 dann die Nr. 8, die Nr. 8 hier, auf dem dritten Platz ist es Philipp Heger von den Racehawks, versucht hier von ganz außen einen Angriff zu starten, aber auf dem ersten Platz ist es immer noch, die Nr. 6, das müsste Raphael Blumenhagen sein hier auf dem ersten Platz, aus Estebach geht er als erster, auf die 10 gerade ein, auf den letzten paar Meter, Raphael Blumenhagen auf der 1, dritte Nummer alles und sichert sich den neunten Platz für den heutigen Tage.